Wer sind Sie denn? Ach, die Feierfotografen. Ich bin hier alt. Ich mache ein paar Fotos, wenn es klappt. Ich hatte keine Wahl, wenn ich meine Gelegenheit habe. Wenn mich in 2.00 Uhr in der Nacht hat mich der Hauptsitzende der Landtag, dann wurde mir gesagt, dass ich nach Hause gehe. Und dann, in der Zeit, ich wusste, dass es in Berlin ist.